Nein, es passiert jetzt nichts. Es ist eine Pause. Es ist so viel kaputt gegangen. Wir haben Sport gemacht. Alles haben wir gemacht. Jetzt ist Pause. Auch für euch. Es ist jetzt mal Pause. Muss auch mal sein. Einfach mal was für Luft holen. Muss doch mal mühlich sein. Ich habe auch keine Lust jetzt so viel zu erzählen. Ich habe Pause. Und die Pause solltet ihr auch mal nutzen. Mal nachdenken. Weißt du? Über das Leben. Ach, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Ja, einfach nur mal genießen. Vollkommen. Neue Welt. Wie wird das? Ja.